Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen in diesem Video. Es geht heute um ein heiketes Thema. Es geht nämlich um eine Impfung, die in der Schwangerschaft empfohlen ist. Es geht um die Keuchhustenimpfung. Diejenigen von euch, die mir bei Instagram folgen, und das sind hoffentlich fast alle, die das hier sehen, wissen natürlich, dass ich vor einiger Zeit einen Beitrag gemacht habe über die Keuchhustenimpfung in der Schwangerschaft. Immer wenn eine Impfung in der Schwangerschaft zugelassen wird, ist natürlich erstmal die Empörung bzw. die Skepsis sehr hoch und das natürlich auch zu Recht. Denn in der Schwangerschaft möchte man natürlich so wenig wie möglich, aber so viel wie eben nötig impfen. Und seit dem März 2020 ist Deutschland jetzt auch dabei, Keuchhustenimpfungen den Schwangeren zu empfehlen. Ich hebe deswegen Deutschland so hervor, weil es die Impfung in unseren Nachbarländern, in der EU zum Beispiel, schon seit vielen Jahren, teilweise sogar seit Jahrzehnten gibt. Und Deutschland war da immer etwas zurückhaltender und hat noch die letzten Daten abgewartet und hat dann gesagt, Okay, wir sehen jetzt auch einfach eine Zunahme von wieder Keuchhustenfällen, nicht nur bei den kleinen Kindern, wo es natürlich sehr, sehr gefährlich sein kann, sondern eben auch bei der älteren Bevölkerung, die versäumen, obwohl empfohlen, sich gegen Keuchhusten auffrischen zu lassen, zum Beispiel. Eine Auffrischimpfung. Also steigende Keuchhustenfälle, nicht nur bei Kindern, sondern bei älteren Personen, hat dann Deutschland auch dazu bewogen zu sagen, Okay, dann müssen wir jetzt diejenigen schützen, die eben sich selbst nicht schützen können und das sind eben die Neugeborenen. Und damit man nicht die Neugeborenen per se sofort impfen muss und diese Spanne zwischen Geburt und der kinderärztlichen Untersuchung, wo eben die Keuchhustenimpfung dann ansteht, Und die möchte man eben überbrücken, weil gerade in dieser Zeit ist natürlich auch so, dass viel Oma-Opa-Besuch kommt, dass viele Freunde das Neugeborene sehen wollen, dass potenziell sehr, sehr viel Besuch auf einmal auf dieses Kind hiniederprasselt. Und das ist natürlich immer so eine spezielle Infektionsgefahr. Und damit man dem Kind schon einen Schutz mitgibt, gibt es die Impfung für die schwangere Mutter. Ziel ist es eben, diese Keuchhustenfälle und die Hospitalisierung zum Beispiel von Kindern, die sich Keuchhusten vielleicht eingefangen haben, zu minimieren. Das Prinzip ist relativ simpel, das ist nämlich das Prinzip Impfung. Man impft die Mutter natürlich mit einem Totimpfstoff, das ist natürlich kein lebendempfstoff, das ist eben nicht zugelassen in der Schwangerschaft. Man impft die Mutter mit einem Totimpfstoff, das ist auch ein Kombinationsimpfstoff, da komme ich gleich noch zu. Die Mutter bildet dann Antikörper und diese Antikörper sind Plazentagängig. Das heißt, sie können über den Mutterkuchen auf das Kind übergehen, sodass das Kind die Antikörper von der Mutter bekommt gegen diese Keuchhustenerkrankung. Das ist übrigens auch das Urprinzip des Nestschutzes, alle Infektionen, die die Mutter ja schon mal so durchgemacht hat oder während der Schwangerschaft gerade durchmacht. Es werden Antikörper gebildet und die IgGs, also die Immunglobuline der Klasse G, sind eben Plazentagängig. So habe ich es mir gemerkt, G-gängig. Die können über die Plazenta drüber gehen und die können dann eben auch das Kind schützen. Die IgGs sind quasi die Art von Antikörpern, die so eine Art Gedächtnis auch ausbilden können, also die länger persistieren. Das ist ja das Grundprinzip Impfung. Ich gebe dem Körper irgendwelche Partikel, die fremd anerkannt werden. Gegen diese fremden Partikel werden Antikörper gebildet und diese Antikörper schwirren dann in mir rum und bilden auch ein sogenanntes Gedächtnis aus, sodass, falls dieser Partikel irgendwann im Laufe meines Lebens nochmal kommt, ich eben sofort Angriffsfläche habe für diese fremden Antigene. Und das ist das Prinzip auch bei der Keuchusenimpfung der Mutter. Man empfiehlt es im letzten Schwangerschaftstrittel, also ab der 32. Schwangerschaftswoche ungefähr, zu impfen, damit eben auch bis zur Geburt des Kindes genügend Antikörper gebildet wurden und auch gute Antikörper gebildet wurden. Dazu muss man aber auch in Klammern sagen, falls eine Frühgeburtsbestrebung da ist, das heißt eine Frau hat einen verkürzten Gebärmutterhals oder vorzeitige Wehen oder eine Zwillingsschwangerschaft oder man sieht irgendwo anderweitig, dass da eine Frühgeburt wahrscheinlich ansteht, kann man eben auch schon im zweiten Schwangerschaftstrittel diese Impfung vollführen. Die Keuchusenimpfung gibt es eben nicht alleine, sondern nur als Kombination zusätzlich mit Tetanus und Diphtherie. Und viel wichtiger natürlich auch für das Ungeborene, die Keuchusenimpfung. Das ist so ein Dreierkombinationsstoff, den es auch noch in der Erweiterung quasi gibt, was Polio, also Kinderlähmung angeht. Aber sprechen wir jetzt erstmal darüber, dass das kombiniert geimpft wird, weil es diesen Impfstoff gegen Keuchusen eben nicht als Monoimpfstoff gibt. Und dann kommen natürlich viele und holen ihren Impfpass raus und gucken, ich habe doch letztes Jahr erst Keuchusenimpfung hinter mir, ich habe mich auffrischen lassen. Das ist primär erstmal super löblich, denn wir haben es ja anfangs schon gehört, es herrscht so eine gewisse Impfmüdigkeit, was Keuchusen angeht. Aber unabhängig von vorausgehender Schwangerschaft zum Beispiel oder vorausgehender Impfung, wird empfohlen, in jeder Schwangerschaft neu Keuchusenimpfung zu machen, im dritten Schwangerschaftstritt. Also es ist egal, ob du vor einem Jahr erst schwanger warst, da schon die Keuchusenimpfung bekommen hast, in einem Nachbarland, denn sie gibt es ja erst quasi seit März 2020, oder aber du jetzt vor zwei Jahren erst aufgefrischt hast, du wirst in jeder Schwangerschaft, ist die Empfehlung, neu zu impfen. Und diese Impfung ist auch seit ein paar Monaten später leider erst, also März 2020 kam es raus oder wurde es offiziell, und ich glaube seit August 2020 ist es auch absolute Leistung der gesetzlichen Krankheit. Das heißt, es wird von eurer Kasse auch übernommen. In dieser Zwischenzeit gab es so ein paar Hin und Hers. In den meisten Fällen hat dann die Krankenkasse eingelenkt und gesagt, gut, es ist jetzt offiziell empfohlen, also übernehmen wir das auch. Da gab es ein paar Schwierigkeiten, aber ab August 2020 spätestens war es dann so, dass die gesetzlichen Krankenkassen definitiv auch diese Keuchusenimpfung in der Schwangerschaft übernehmen. Es gibt wie bei anderen Impfungen natürlich auch Nebenwirkungen oder Impfreaktionen. Dazu habe ich ein eigenes Video gemacht, kann ich euch, wenn ich daran denke, hier mal verlinken, dass ihr da mal reinschaut. Aber es wäre nicht über die ständige Impfkommission, das Robert-Koch-Institut und in den Umländern, wie ich schon gesagt habe, empfohlen, wenn es nicht sicher wäre, wenn der Nutzen nicht die Risiken übertrifft. Das ist ja Grundprinzip von Medizin. Wenn ich irgendein Medikament gebe, da muss ja der Nutzen größer sein als das Risiko. Es wird auch hier unter diesem Video, wie bei jedem Video über Impfungen, man wird langsam ein bisschen müde, Geschrei geben und Kommentare, die mit fragwürdigen Aussagen da umherkommen. Ich versuche es ja nur neutral ist möglich, euch darzulegen, wie momentan die offizielle Empfehlung von vielen schlauen Gehirnen lautet. Ob ihr das jetzt macht oder ob ihr das jetzt nicht macht, das obliegt ja nicht mir, sondern das ist ja eure eigene Entscheidung. Ich bin ja nur dafür da, euch darüber aufzuklären, dass es das gibt. Und das müssen übrigens auch eure Ärzte da draußen oder Frauenärztinnen und Frauenärzte machen. Diese Impfung gibt es. Das ist der Nutzen. Das ist das gegebenenfalls Risiko. Entscheiden Sie bitte, ob Sie das möchten oder nicht. Es kann also keiner sagen, du musst jetzt geimpft werden oder du musst jetzt nicht geimpft werden. Ihr entscheidet das für euch. Und es ist aber wichtig, sich vorher darüber zu informieren, warum man das überhaupt macht. Und das habt ihr jetzt hoffentlich hiermit einigermaßen verstanden. Um mal kurz die Dimensionen von so Studien auch euch darzulegen. Es gibt mittlerweile Daten von über einer Million Schwangeren mit diesem Kombinationsimpfstoff. Es gibt, glaube ich, über 27 oder 28 Publikationen, also wissenschaftliche Studien, über die Kombinationsimpfstoff Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten in der Schwangerschaft. Und es werden wahrscheinlich auch wieder Geschichten hier wahrscheinlich auch veröffentlicht, wo man gesagt hat, okay, ich habe mich in der Schwangerschaft impfen lassen. Mein Kind hatte trotzdem Keuchhusten. Das hat ja gar nichts gewirkt. Was war das? Bei Impfungen, das muss man sich grundsätzlich überlegen, ist es immer so, dass man ein Risiko für eine Erkrankung minimieren möchte. Dass man mit einer Impfung eine Krankheit komplett ausmerzt oder dass man bei 0% ist, was die Infektionsrate angeht. Das wäre hervorragend. Also dieser Impfstoff wäre super. Das hat man mit ein paar Erkrankungen in der Vergangenheit ja auch geschafft. Beim Masern ist man so einigermaßen dran gewesen. Dann kam eine Impfmüdigkeit. Jetzt wird wieder mehr geimpft. Mal schauen, ob wir Masern irgendwann mal so weit in den Griff bekommen, dass auch da die Impfung quasi so eine Erkrankung auf 0 bringt. Aber es geht immer um eine Risikominimierung. Und so ist es eben auch bei dieser Impfung. Wenn man in die Daten reinguckt, dann sieht man, dass die Kinder unter drei Monate, die diese Impfung eben erhalten haben, eine Risikominimierung um 70% haben. Das heißt, 70% von den Geimpften, die sind safe und die 30%, die dazwischen liegen quasi, die haben trotzdem eventuell das Risiko, eine Keuchhustenerkrankung zu bekommen. Also es geht immer nur um die Risikominimierung. Und bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich den Anfangspunkt nochmal zum Besten geben, wo ich gesagt habe, es herrscht momentan eine Impfmüdigkeit. Diese Impfempfehlung für Schwangere gilt fix. Es gibt aber auch eine Empfehlung, auch die nahen Kontaktpersonen, Partner, Oma, Opa, Freunde, was weiß ich, die Familie, die eben das Kind in den ersten Monaten auch besucht, dass die auch mal ihren Impfpass rauskramen und mal reinschauen, ob eben Keuchhusten frisch geimpft wurde. Früher gab es natürlich nur diese Strategie, dass man sagt, okay, das Kind hat jetzt keinen Schutz, bis es selber geimpft werden kann. Aber alle Kontaktpersonen, die so kommen, die lassen sich einfach impfen und schon können sie das Kind besuchen. Das war natürlich in der Realität schlecht bzw. gar nicht umsetzbar, hat sich keiner dran gehalten. Deswegen gibt es jetzt zusätzlich den Sicherheitsfaktor, wir impfen die schwangere Mutter. Aber zusätzlich trotzdem soll weiterhin darauf geachtet werden, dass die Kontaktpersonen auch eben frisch geimpft sind. Genug zu dem Thema Keuchhustenimpfung in der Schwangerschaft. Bleibt in den Kommentaren bitte respektvoll gegenüber all den Leuten, die da so ihre Aussagen machen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und dieses ja doch sehr komplexe Thema und auch sehr sensible Thema ein bisschen besser beleuchten als vorher. Fragt eure Ärztin, fragt euren Arzt nach der Keuchhustenimpfung, wenn ihr schwanger seid oder auch wenn ihr Kontaktpersonen seid. Lasst es euch nochmal erklären, wo Vor- und Nachteile liegen. Überlegt es euch und entscheidet dann nach bestem Wissen. Und gewissen mehr möchte ich euch gar nicht nahe legen. In dem Sinne, besucht mich bei Instagram, dann verpasst ihr solche Postings auch nicht mehr. Bei YouTube seid ihr gerade, könnt ihr ein Abo dalassen, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Bei Facebook könnt ihr vorbeigucken. Auf meiner Website habe ich einiges an Informationen gesammelt für euch gratis. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß. Bis dahin und ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.